Musik 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 Und damit ein herzlich willkommen Musik 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 Ach, ich bin echt tot. Bin tot. Okay. Ach, ähm. Schade. Also, ich könnte ein Dreieck wegkauen. Ach, Mist. Shit, 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 shit. Nein, 700. Hm. Den müsst ihr in jeden Fall schaffen. Das nochmal. Vielleicht denn auch noch. Ja, geht doch. Nochmal angreifen. Wenn's so ist. Nein, wieder tot. Jetzt bleib ich tot. Ich kann... Nein, hab ich auch nicht mehr hier. Ach, Mist. Weg mit dir. Bleib nur noch zwei. Alles nehmen. Komm her. Hallo. Arschlöcher. Arschlöcher. Alle drei auf einmal. Alle drei auf einmal. Ach, Mist. Nein. Ich bin gleich tot. Entweder mich aufladen, oder? Ich kann ja gar nicht mehr... Ach, scheiße. Das auch noch. Ja, ich bin tot. Schon mal sagen, dass ich tot bin? Ja, kann ich schon mal sagen. Ich hab' gar nichts mehr. Ich darf nochmal angreifen. Und tot. Auf Wiedergebot. Ach, ich hab' nur einmal wieder... Ach, so. Jetzt, jetzt, jetzt gesehen. Wenn es so ist... Könnte ich es vielleicht noch schaffen. Ich könnte es noch schaffen. Ich könnte es noch schaffen. Ich könnte es noch schaffen. Einer noch. Einer noch. Nur mal angreifen. Einer noch. Da muss ich das jetzt nutzen, oder? Äh, nicht. Ich kann Dings benutzen. Den Stärke-Trank. Tempo-Trank. So, ach, das müsste eigentlich funktionieren. Na, kann man angreifen, gut. So, weg mit euch. Weg mit euch. Level 13 freigeschaltet, juhu. Fähigkeiten, Aufwertung, Kaufen. Noch irgendwas? Vorteile? Nein, haben wir nichts mehr sonst. So. Warten, erst mal aufgeladen bin da oben. Der Nächsten dann. Jetzt. Zwei, ach, geht ja. Jetzt nur zwei sind. Jetzt kann man zweimal angreifen, oder? Und einer keilen auf den einen. Einer ist weg. Ach, Greifers tot. Kann ich mal eben kurz das Leben geben? Kann er jetzt Heil dran nehmen? Oder anders sonst. Was? 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 Wöööööööö. Juhu! Uuuu. Immerhin! Uuuu. Wöööö. Immerhin! Ja, geht doch. Das müsst ihr aber eigentlich alle besiegt haben von den Viechern. Da ist noch einer. Ach, vier aber noch. Schütte. Hier ist mir... Wow. Hab ich doch gemacht. Ist das geil. Trotzdem alle getroffen. Ging ja schnell. So, ich müsste aber alle erledigt haben hier. Ich hab doch alle erledigt. Ich hab doch alle getötet. Was ist das? Mal kurz gucken, find ich doof. Ach soo. Ach soo. Du hast einen Diabetes und nicht ich. Ich bin so... Ich bin so... Das sind wir Viecher. Ich hab das. Okay. Okay. Geht auch. Wie? Oh, ernsthaft jetzt? Ach so, ich dachte schon, Herr. Endlich. Ich verarsche jetzt. Dummes Arschloch. Können wir zum Prinzen... Ach, Christophia, Mann, ey. Ich habe das, wer erledigt jetzt? Nein, können wir zum Prinzen zurück. Wo ist er denn? Ach, da. Ach, das Scheiße. BAMPF? Shh, du, shh. Möge den Bischof von BAMPF für mich und bringe mir seine Bälle als Proof. Mach das und ich werde euch in die Katakombe von Quebec geben. Mach Haste! Okay. Bischof töten? Ah ja, das ist zu kacke. Ich dachte, das ist oft jung, kacke und ach du scheiße und sowas. Welcome to the Ottawa clinic. Are you here for an HIV? Your health is fully restored. And your HIV test is negative. Ah, ja. Ah. Ja, da hast du. großfrohrig alles haben Achtet zerfleisch das... Ah nein! Wow! Kaufen. Geil. Ändern, Aufsätze... So. Weiter geht's. Ah, das Viecher wieder hier. Geh weg hier. Ernsthaft? Und die Ausprüfung, die ist... Wow! Düster Aids! Ah! Ich hab Aids! Ich hab Aids! Ich hab keine Aids haben. Oh, du! Du hast eine Aids! Weak! Die Ausprüfung, die sind schwerer. Der Prinze denkt, dass die Kanada ein Monarcher. Aber es gibt andere Leute mit Opinions, bei Gott. Entschuldigung Gott. Was ist das? Wer der Bischof schlägt einen Bischof? Ich hab keine Aids. Oh, ich hab keine Aids. Ich hab keine Aids. Ich hab keine Aids. Ich hab keine Aids. Arrrr, Alter Sau. Er weiß nicht was er tut. Liebe deinen Nachbarn! Ich werde die andere Gesichter schlafen. Kommion. Ey, du Aschloch! Er weiß nicht was er tut. Man, 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 man Ah, noch ein paar Schläge noch Ach, Kai hat das schon Geht doch Ich habe die Dier-Pig-Testikale, und dann die Pinsen, ich habe Ich habe das Dier-Pig-Testikale, und dann die Pinsen, ich habe Das ist für die größte Gute, dass wir die Ballen aussehen, ich glaube Nein, geh weg. Finde Ruhe. Scheiß Vieh. Oh, these are indeed troubling times. Is he dead? Did you kill him? Yay, the bishop falls! Now religion won't interfere with government. How can we ever repair you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you. Shh. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. That's a sau. Ah, man, 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 man. Immer dieses Hin und Her hier. A letter from the princess? What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks, who live to the south-east of the town. Only they could train you in such sorcery. No, man, 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 man. Man, 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 man. Nein, bleib weg, geh weg, geh weg, geh weg. So, was soll ich machen bitte nochmal? Ähm, Quest, ähm, Suche nach München aus dem Venkofer, ach, ich riech gleich zu viel. Nein, geh weg, deswegen in Ruhe. Ich fahre einen Pixelbär an Serbier. Bop, bop, bop. Hahaha, Idiot. Wer bist du? Wer bist du? Was soll ich denn machen, bitte? Hockey wird schnell die Welt 11. die populärste Sport geworden. Wo soll ich denn hergehen? Hmm... Lass uns mal gucken. Wenn die... Ach... Ach, Mann. Ich... Das sind die Mönche. Ich verscheiße ihn jetzt, oder was? Ach, ja. Ach, ja. Du, du bist okay? Er weiß, Dragonshaut. Einige Magistin Apprentice kann Dragonshaut. Es ist nicht so, dass er in seine Hand in die Hand und dich in die Gesichter hat, Philip. Was ist der Sound von einem Anusfarten? Ach, ja. Ach, jetzt weiß ich. Was hat er gerade getan, oder was? Impressiv. Was jetzt? Ach, jetzt sind wir alle... Ist doch Unsinn. Ach, genau. Ach, genau. Okay. 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 Wo bin ich? Deine Magistin Apprentice? Deine Magistin Apprentice ist unglaublich, junger Amerikaner. Nicht seit Eric von Thunderpants aus Nova Scotia haben wir solche Kraft gesehen. Aber nun, du musst den Anusfarten kontrollieren, in den richtigen Weg, um die Spelle zu verändern. Frequenzier. Einige Objekte sind zu groß, um die Magistin zu verabschieden. Aber jetzt werde ich es durchbrechen mit... Nagasaki! Okay. Hier, schau mal! Ich glaube an mich. 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 Das ist es! Jetzt schauen wir uns, wie Nagasaki funktioniert in der Bälle! Diese drei Pädophilien aus Alberta haben sich mit dir, wenn du sie alle mit einem Gehörer verabschieden. Nagasaki! Das ist es! Du hast die Macht! Du hast die Macht! Du hast die Macht! Du hast die Macht! Und nicht immer, immer fahrt auf einem Mannsboss! Bis zum nächsten Mal! 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 Untertitelung des ZDF, 2020